Wofür ist du uns hin? Ach, da. Wer interessiert sich schon für Kombination... ...und...nummern? Ja, gute Frage. Wird man sonst nochmal die Kombination herbekommen? Als ich das das erste Mal gespielt habe, habe ich die beiden nicht gerettet. Ah, da gibt es noch irgendwo eine geheime Gange. Beziehungsweise, bis ich hier ankam, waren sie schon tot, irgendwie. War das nicht hier? Uh, jetzt musst du Chicken suchen. Jetzt musst du Chicken suchen. Hier, da oben ist das Fenster. Liste der Entführerchen. Freunde Kinder wurden zu Godfrey's Bauernhof gebracht und warten auf ihre Reise zur weißen Klippe am 13. Tag, Monat der Jahrzehnte. Jutton, Ada Harguf, Nikolas Reynes, Patrick Fagan, Roland Williams, Chachay Kledon, Thomas Jordan, Kent Hordison. Rationsweichung, 12 Krüstenbrote, 1 Rad, Blut, Ochsenkeche, 5 Durchen, gepökelte Scheckchenfleisch. Erzählungen für Kinder. Ja, Bottle Street ist böse und die anderen sind auch scheiße. Wir sind die Besten. Alles Futter. So viel Futter. Nein. Es sind Puppen. Es sind Puppen. Wieso heißt das Buch? Liste der Entführten. Das heißt, die haben die Kinder dorthin zwangshaft zum Bauernhof gebracht. Gehen ihren Willen. Ja, sind die auch sehr wohl doch nicht so ganz ehrenhaft, wie die ganzen Leute dachten. Glauben. Zu wissen. Zu denken. Na, ihr paar kleinen Schnuckis. Sonst sind wir hier eigentlich soweit fertig. Nur noch der Tresor, dann können wir zu Sam gehen. So, Innenminmu, in welchem Haus lag der Tresor? Hier. Klopf, klopf. Aber jetzt wird die Tür öffnen, aber hey. So, wie war die Nummer? 2, 0, 3? Ja, in der Mitte steht zwar schon voreingegeben, die 0, aber drühe einfach nochmal das Tretchen. Sonst ist nichts drin. Müssen wir alles gesammelt haben. Dann müssen wir alles gesammelt haben. Immer. Immer. Dann hüpfen wir zu Sam. Mal gucken, wie viel Chicken gesammelt hat. Jetzt besteht fast Samuel. Nein. Weißt du? Aber schön, dass wenn ich an der Kette hänge, ich nicht an Sam ranzoomen kann. Ach, das dauert mir zu lange. Ist hier noch irgendwas? Fischeier. Zum Essen. Ja. Das sind auch noch Fischeier. Hallöchen. Machen wir mal die Sicht weg. Und stellen uns hin. Soweit ich weiß, hat Campbell nichts ausgelassen. Vielleicht sollte ich nicht urteilen. Aber Männer des Glaubens sollten sich zügeln. Sind Sie bereit? Habe ich eigentlich dieses schwarze Buch gelesen? Äh, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich warte. Ja, äh. Wir haben ja noch das schwarze Buch. Als wir ihn bewusst losgemacht haben und, ne, hochgehoben haben, das Buch an uns genommen. Ja. Hm. Kann man anscheinend nicht lesen. Dann gehen wir einfach zurück. Yo, bring mich zurück. Alle Rune, alle Knochenhartefakte, alle Outsiderschreine, alle Gemälde von Zirkelhof und... Oh, ein bisschen mehr als 300. Sieben Leichenbewusstlose entdeckt. Ja, und anscheinend, wegen des Ratten-Experiments... Falls die Ratten den einen Bewusstlosen wirklich zerfleischt haben... Ich habe da ja nur Ratten rumlaufen sehen. Es hätte ja auch sein können, dass der Typ vorher despawned ist. Passiert ja meistens gerne, ne. Aber anscheinend wird mir das da nicht zugerechnet. Oder wir müssen es nochmal experimentell versuchen. Aber hey. Gehen wir zurück. Ja, wo ist sie denn jetzt? Wir werden's rausfinden. Und dann holen wir dich meine Kleine! Ja, da ist noch jemand. Und zwar Kalista. Eine Schießerei! Ach, ey. Er lebt. Danke Ihnen, Corvo, danke. Mein Onkel ist ein guter Mensch. Eines Tages wird er's beweisen. Echt mal. Ich weiß, dass Sie aus Überzeugung gehandelt haben. Aber ich möchte Ihnen eine Belohnung geben. Ein Erbstück von einer meiner Tanten. 100 Münzen. Das ist also ein Erbstück. Ich glaube, irgendwas Neues hier. Das sind wir Gehächter. Und sie farten sich ein und singen die alten Liebe. Das war ein damals glücklicheres Heim. Sie sind alle korrupt. Ja, echt. Boah. Doch. Geschafft. Sie haben Oberaufseher Campbell entgegen allen Erwartungen bezwungen. Ich wusste, dass Sie einzigartig sind, Corvo. Dadurch fügen wir dem Lord Regenten großen Schaden zu. Und mit Marten verfügen wir über den besten Strategen überhaupt. Doch, es wird ja... Ich muss sich im Tower vor Angst in die Hosen machen. Ja. Und nicht zu vergessen, Campbells Tagebuch. Wir hoffen in dessen verschlüsselten Seiten den Aufenthaltsort und Zustand von Emily Cordwyn zu finden. Unsere ganze Bewegung ist sinnlos, wenn wir nicht die wahre Thronerbin einsetzen können. Wir müssen rasch handeln. Zweifellos hält der Lord Regent Emily gefangen, um sie preiszugeben und als Held und Retter aufzutreten, um seine Regentschaft zu festigen. Wenn er die junge Lady nicht bald präsentiert, wird es Grabenkämpfe zwischen den Edelleuten über die Nachfolger der Kaiserin geben. Ja, die Zeit läuft uns davon. Aber Sie sollten sich jetzt ausruhen, Corvo. Wir werden den Inhalt des Oberaufseher Tagebuchs entschlüsseln und Ihnen später mitteilen. Würde ich doch meinen. Ja, aber ich habe noch ein paar Dinge zu tun. Noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Was ballert ihr da? Sollte ich hier die Schussbahn rennen? Okay, die gehen schon weg. Habt ihr auf die leeren Flaschen davor geballert? Zielübungen. Ja, man will ja fit sein. Wenn der Feind kommt. Ja, Lydia! Ich bin... Warte, 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 warte. Lydia! Du kannst nichts beweisen! Na? 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 Na, echt mal. Was durst du da, Kalista? Alles in Ordnung? Das hat sich irgendwie komisch angehört. Die Tür war zwar offen, aber... Das hat sich so angehört, als hätte sie in einem anderen Raum gesprochen. So, da bist du ja! Nicht auf den... Kopf... Ja! Den Oberaufseher in seinem eigenen Stützpunkt zu schlagen. Ja, kannst du nicht, ne? Offenlich waren die Werkzeuge, die ich für sie entworfen habe, zufriedenstellend. Natürlich! Das ich verstehe und mit ihnen rede, ist mehr als Antwort genug. In vielerlei Hinsicht. Also, ich bin dafür zur Feier des Tages, dass wir den Oberaufseher so aufs Kreuz genommen haben. Gibt's erstmal ein schickes Feuerwerk! Was denn? Party! Seid doch nicht alle so spießig! Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja! Ausrüstung und so. Denn ich habe ja neue Sachen gefunden. Bauplän-mäßig. Was hätten wir denn so für Verbesserungen? Armbrust. Ja, zoomen. Oder wir machen das Ganze in Ruhe in der nächsten Aufnahmesession. Ganz in Ruhe, nicht wahr? Samuel? Seeleute erzählen sich Schauergeschichten von Meeresungeheuern. Aber dieser Fluss verbirgt Merkwürdigkeiten, über die keiner spricht. Licht im Wasser, spät in der Nacht. Ich habe sogar Gesichter gesehen. Das war wahrscheinlich dein Gesicht, als du ins Wasser geguckt hast. Nennt man Spiegelbild. Eine zweite Lösung. Herr Sokolos-Elixier, ist das die Lösung für die Seuche? Wir werden es nicht erfahren. Ist hier sonst noch irgendwelche Kram? Bumm! Bahl-Öl-Verarbeitung. Haben wir uns alle schon angeguckt. Das hat sich zwar nicht gelesen, vorgelesen im Sinne von... Hey, ich rede laut mit meiner Voice von Kiesel. Na, Lünia? Was hast du eigentlich hier draußen? Naja, ich wollte aber sagen... Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Da, wo deine Mutter hingehört hat. Ja. Also bis dahin, ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.